hallo und herzlich willkommen heute möchte ich mal etwas über lightning erzählen und zwar ein kleines tutorial für diejenigen die sich gerade mit lightning beschäftigen und schon erste erfahrungen mit dem wallet haben und vielleicht schon mal auf den begriff lnurl gestoßen sind und vielleicht sogar auf ln bits so und dazu möchte ich mal eine kleine einführung machen dazu habe ich mal etwas vorbereitet und zwar eine kleine übersicht so hier mal ganz grob lnurl was ist lnurl ist ganz einfach ein lightning protokoll zur kommunikation was ermöglicht das protokoll es hilft den anforderer zum beispiel einen bezahler mit der gegenpartei den zahlungsempfänger zu interagieren also eine kommunikation zwischen den beiden um halt lightning zahlung abzuwickeln so was kann lnurl es kann zum beispiel ankommende kanäle anfordern wenn einer jetzt keinen kanal hat und er möchte bezahlen dass dann eventuell die frage aufkommt ob jemand ein kanal eröffnen möchte zu dem not so man kann sich damit anmelden und authentifizieren was natürlich sehr spannend ist wenn man sich mit seinem not an webseiten oder dergleichen anmelden authentifizieren kann für irgendwelche services dann braucht man seine passwörter und gegebenenfalls telefonnummer und dergleichen nicht mehr eingeben ist sehr sehr gut abheben von geldern lnurl nennt sich das das ist dann halt praktisch wie wenn man jetzt ein paar satoshis verteilen will oder automatische einzugs ermächtigung oder was auch immer und dann natürlich noch lnurl pay was sehr spannend ist man kann zum beispiel einen statischen qr code erzeugen mit dem man dann praktisch den zahler eine verbindung zu unserem not ausführen lässt und der erstellt dann eine invoice so dass der bezahlende dann automatisch eine invoice bei uns generieren kann das ist sehr spannend so ja weitere details zu lnurl findet ihr auf github und da awesome url lnurl packe ich unten in die show notes noch rein und sehr informativ fand ich auch die seite von coincharge lnurl so eine übersicht zu bekommen ja soweit zu lnurl hier kommen wir jetzt zu lmbits lmbits ist im gegensatz zu lnurl ein freies open source wallet und account system es ist also eine anwendung die halt lnurl verwendet um halt wallet und account system auf lightning zu verwalten so was ist es technisch lmbits ist ein sehr einfacher python server der über einer lightning finanzierungsquelle liegt zum beispiel dem eigenen raspbitz oder umbrellennode es ist eine spezielle datenbank mit denen dann die lightning satushes per lmbits verwaltet werden können was kann lmbits wallet und konten systeme haben wir schon geschrieben für zb separaten erfassungen von einzelnen lightning zahlungen einzahlung auszahltung zahlungen verwaltung für freunde oder für family die jetzt so nicht so firmen mit lightning sind kanäle aufmachen schließen inbound outbound liquidität oder als risikominimierung durch festgelegte apis so und was sehr wichtig ist ist eine plattform zur weiten erweiterung des lightning netzwerks also wo viele funktionen neu entwickelt werden können die mit lnurl zusammenarbeiten und das finde ich macht es gerade extrem spannend so wo finde ich weitere infos wenn ich mich da mehr für interessiere also coin charge finde ich auch habe eine sehr gute lmbits seite packe ich auch in die show notes dann natürlich die github seite von lmbits und auf lmbits.org die ganze dokumentation so jetzt möchte ich euch lmbits mal einmal vorstellen dazu geht ihr auf google und gibt lmbits ein da kommt ihr als erstes auf die seite.com das ist dieses wallet in account system dann gibt es die github seite die org seite die für die doku und die coin charge seite und youtube tutorials dazu lmbits möchte ich euch jetzt gerne mal mit hilfe von lmbits.com vorstellen das ist eine custody version das heißt das sorgerecht für das wallet hat jemand anderes das heißt also ihr müsst alle funds die er dahin sendet müsst ihr demjenigen auch vertrauen aber zum testen reicht das für kleine beträge ist das sehr gut und ansonsten könnt ihr dann nachher auch lmbits auf eurem eigenen server laufen lassen und unter anderem läuft das mit raspi blitz und umbrella zusammen das heißt da ist auch die finanzierungsquelle für diese wallet aber wie gesagt hier zum testen reicht uns das erstmal wir können hier einen eigenen account einen eigenen wallet anlegen und zwar das machen wir mal indem wir das mit demo nennen demo sagen add new wallet so und jetzt haben wir ein wallet angelegt jetzt muss man hier wissen dass hier kein login oder mit e mail oder dergleichen gibt dieses wallet wird identifiziert über diesen link den muss man sich merken oder halt irgendwie ja abspeichern sonst wo ich mache das als textdatei einfach mal auf den desktop mit abspeichern unter wallet und man kann ihn natürlich auch linken shortcut hinzufügen so jetzt haben wir ein wallet dass wir mit lightning satz füllen können dazu habe ich jetzt etwas vorbereitet und zwar habe ich zwei wallets hier einmal der lntx bot der auf dem pc läuft der kann aber auf dem handy und halt das handy mit dem wallet satoshi so ich kann hier jetzt eine invoice kreieren und sage zum beispiel kreieren jetzt genau und 3000 satoshi sagen wir mal und ln bits so memo dazu create invoice jetzt wird davon eine invoice generiert und ich kann jetzt mein mein handy nehmen und das einmal abscannen wunderbar 77 cent also 3000 satoshis ungefähr gerade dann sagen wir mal einmal bezahlen wunderbar zahlen ist gesendert und so schnell ist es dann auch schon da jetzt kann ich hier auch dieser toll von dem wallet wieder runter rollen und zum beispiel auf mein lntx bot dazu machen wir hier einmal ein invoice die anzahl der satoshis genauen und sagen wir mal ich würde jetzt 1000 wieder haben so und zurück mal gucken ob er das macht ja er hat mir einer die kann ich jetzt hier kopieren die invoice und gebe hier ein pass machen kann sie einfügen mit mal gucken was er sagt genau da kommt es zurück pay processing payment tada findet er jetzt einen weg ja da da hat er mir die 1000 satoshis geschickt soweit erstmal so gut ein bisschen hat er mir abgezogen für die gebühren das ist klar aber hier sieht man einmal die ankommenden 300 und die 3000 und die 1000 die ich zu meinen nntx bot geschickt hat so jetzt gehen wir weiter und schauen was allen bits noch so alles kann kurz noch mal vorab das ganze ist noch beta und custodian also packt hier keine zu großen beträge rein das ist mehr zum testen zum ausprobieren ja aber hier zu dem wallet nochmal diese ganzen schnittstellen infos das ist halt es ist total offen jetzt also wer diese ganzen daten hat der kann über eure wallet verfügen dann gibt es hier die möglichkeit noch mit diesem code das wallet wieder zu leeren damit so ein prozess maximale verfügbarkeit runterziehen weil man kriegt ja ein wallet nie ganz leer weil immer ein paar fees noch bezahlt werden müssen damit kann man das zumindest zum großteil löschen ich habe auch festgestellt man muss sich so nah ran tasten und dann ein paar satz bleiben einfach ganz auf null kriegt man es einfach nicht aber gut denn wenn man es nämlich zum schluss löscht das wallet ist die satz die überbleiben die werden dann nachher als kleine spende an dann bits übergegeben was auch noch ganz interessant ist ist dieser export von wo es qr code das können wir mal machen dazu lade ich mal mein handy auf so und gehe auf scannen und jetzt hat er den gescannt so jetzt sehe ich praktisch den gleichen code hier oder den gleichen url link wie den hier kann hier auf öffnen öffnen web gehen ja einmal öffnen so und erhalte halt praktisch das wallet als handy app das ist eigentlich eine sehr gute funktion zumal man ja hier auch mehrere wallets anlegen kann für freunde und bekannten und das schöne ist ja die quelle die lightning sliding wallet das hier hinter steckt mit den ganzen kanälen und inbound outbound liquidität das braucht man selber nicht machen beziehungsweise eure freunde und bekannten weil ihr es zum beispiel verwaltet wenn das ganze auf dem raspy blitz liegen so also wie gesagt diese oberfläche ist dann halt genau die gleiche und jetzt schauen wir uns mal die weitere an und zwar hier gibt es noch die erweiterungen die erweiterungen ist eine große überwicht die stetig wächst und wächst und zwar möchte ich mal ein paar davon vorstellen die ich sehr interessant finde unter anderem als erstes mal diesen den lnur lp für pay den kann man hier enable so jetzt sollte er hier drin sein wenn ich den jetzt anklicken so kann ich hier einen neuen payment link angeben und zwar das mache ich jetzt mal jetzt kann man aussuchen welches wallet wenn man hier mehrere hat dann ich habe ja nur eins so und dann kann ich zum beispiel spende einschreiben und dann den betrag wie viel gespendet werden sollen oder ich kann sagen ich will gar keinen fix amount sondern einen min max haben das habe ich zum beispiel meinen spenden link gemacht man kann jetzt sagen von 21 bis 21 2100 zum beispiel satoshi ist die einheit und hier kann man angeben wenn jemand naja ein hinweis in komment dazu gibt zu der wie viel zeichen es sein können dann kann man zum beispiel keine ahnung irgendwie 100 oder 38 reinschreiben dann gibt es hier ein webhook das heißt wenn diese zahlung getätigt wird wird ein eine webseite getriggert so könnte man eine e mail verschicken oder was auch immer und jetzt kann man hier noch eine message hinterlassen das könnte zum beispiel danke sein danke und hier kann man eine url angeben wichtig ist dass es eine https seite sein muss weil wenn man das nicht macht so hatte ich das mal gemacht dann funktioniert der ganze link nachher nicht deswegen lassen wir lieber jetzt erstmal weg so und dann machen wir create perl perl link jetzt hat er ein paling erstellt wo ich ihn mir einmal anschauen kann das ist dieser statische qr-code den man immer wieder verwenden kann um ja hier jetzt einen betrag zwischen 21 21 und 2100 satz zu schicken bzw wenn ich den öffne mit meinen wallet kommuniziert er mit dem wallet von lmbits und lmbits kreiert eine invoice die ich dann wiederum bezahlen kann man kann jetzt hier einmal den scherbe link den gucken wir uns mal an das ist den man irgendwo einbetten kann so zum beispiel oder halt genau das gleiche haben wir glaube ich auch das ist auch der scherbe link genau oder man nimmt dieses bild und kopiert es und macht da ein link für ein video zum beispiel raus wenn ich jetzt zum beispiel mal einblende des von meiner von meinem videos das ist jetzt hier drin und das habe ich auch hier mit erstellt also da könnt ihr jetzt auch praktisch einscannen mit eurem wallet und mir eine kleine spende geben jetzt kann ich euch das ganze mal einmal demonstrieren indem ich diesen link öffne und mein handy einmal rein hole und ich scanne den jetzt mal ab so hat er jetzt und er sagt jetzt 21 bis 2100 können gesendet werden und hier steht auch die spende ich kann auch sagen change amount so und sage ich möchte 200 noch einmal zurück so 12 fertig und ok senden wunderbar zahlung ist unterwegs wir gucken ob es auch hier angekommen ist jawohl ist angekommen ja wie gesagt das ist halt diese direkte möglichkeit um einen statischen qr-code zu erstellen den man sich satoshi schicken lassen kann und hier nochmal die nachricht die er zurück kam so jetzt gehen wir zum nächsten erweiterung das ist zum beispiel allen url wie für usdor das heißt auszahlungen die haben wir jetzt hinzugefügt und das ist sehr interessant hier kann man jetzt die einfache variante nehmen da ist nur das wallet hinterlegt die anzahl der satoshis und wie viel voucher man erstellt oder man geht unter die advance variante da ist auch wieder das wallet dann der titel auszahlung zum beispiel und dann kann man einen bestimmten bereich angeben wir können es ja auch mal einfach mal machen mal gucken was dabei rauskommt so und die anzahl der user jetzt kann man für uns jetzt mal zwei und dann nachher kann man noch sagen ob da eine bestimmte mindestzeit zwischen sein soll also mehrere minuten sekunden oder man kann sogar sagen dass es nicht statisch ein qr-code ist für alle auszahlungen sondern jede auszahlung bekommt ihren eigenen qr-code so wir machen das jetzt einfach mal hier mit das hat nur eine sekunde und jetzt haben wir den hier eingestellt eingestellt und den ersten der wieder wartet und zwei können noch gemacht werden hier haben wir wieder den link den man letztendlich verschicken kann wenn er dann lädt ja genau oder halt hier den qr-code noch mal als klein oder wir können uns den hier angucken und jetzt machen wir wieder folgendes wir gehen wieder zu unserem lightning wallet so sagen wieder scan so und jetzt sagt er kann ich eingehen jetzt nehme ich mal den höchsten wenn ich den schon so umsonst kriege du bekommst ja schauen wir mal was passiert so das passiert war es hoffentlich war ich zu schnell weg so hat er gemacht wir gucken mal ob da auch was passiert ist ja genau die 210 so jetzt machen wir mal den zweiten noch den jetzt wieder den hier laden und da könnte man ja sagen gut wir nehmen mal den lntx bot mal gucken ob der funktioniert copy allen url gehen auf unseren lntx bot lntx bot bügen sie einfach nur ein mal gucken was er sagt oh ja jetzt hat er hat er hat er hat der payment wurde received hat ein momentchen gedauert aber dann kam es ja so wir schauen noch mal ob er das jetzt auch wirklich gemacht hat wunderbar ja ja das waren jetzt die zwei finde ich erstmal die wichtigsten so die ich so gefunden habe aber es gibt noch viele andere und zwar das ist wenn man einen kleinen shop hat so eine paywall und was haben wir dann noch die dj funktion da kann man ein paar satoshis spenden und musik hören in dem moment user manager ist auch für mehrere user hier oder wir machen mal den lnd hub hiermit könnt ihr jetzt dieses wallet in euer handy wallet importieren beziehungsweise in zeus oder im blue wallet also ihr könnt das mit diesen reinen invoice url praktisch ist es ein few only also nur zum betrachten oder halt adressen einzahlungsadressen zu generieren aber man kann damit nicht ausgeben und mit diesen lnd admin url kann man praktisch ja das ganz normal das wallet das auf lmbits läuft also das account wallet was auf lmbits läuft auf zum beispiel blue wallet das kann ich jetzt mal einmal zeigen ich gehe jetzt hier zu blue wallet so kann jetzt hier ein wallet hinzufügen und sage hier unten ein importieren so und jetzt kann ich jetzt kann man das leider so nicht sehen aber hier ist kann ich jetzt scannen habe ich jetzt importiert so jetzt hat das reingebracht er hat es erfolgreich importiert wie man jetzt hier sieht sind jetzt praktisch die 1790 satz auch hier und das ist jetzt ein lightning wallet mit dem ich halt nur lesen kann hiermit könnte ich dann auch senden und empfangen wir können ja mal eine adresse generieren müsste ja eigentlich gehen erhalten so wenn ich jetzt hier zum beispiel sage ich für 111 satashis haben erstelle eine invoice ja ich musste vorhin das ganze abbrechen und zwar hat das nicht funktioniert auf lmbits der server hat sich irgendwie aufgehängt ich weiß nicht woran es liegt aber das ganze ist noch ein bisschen buggy und ist alles noch beta version und hat nicht funktioniert und es wurde einfach langsam ist warten und das ist nichts passiert deswegen habe ich jetzt mal die lmbits s version ausprobiert das ist die alpha testing version oder die neueste version ich denke mal das ist ein server der nicht so besucht ist wie die beta variante und dementsprechend alles schneller geht da habe ich das ganze jetzt nochmal einmal eingestellt habt mir jetzt mal noch ein paar satz drauf geschoben den habt nochmal ausprobiert hier diese invoice nochmal einmal oder den habt darauf ein kopiert in blue wallet und dann eine lightning rechnung der erstellt und die haben wir jetzt hier probieren wir das jetzt noch mal mit dem lnt export aus ich füge die lightning invoice da ein und dann fragt er mich möchtest du die 123 satz bezahlen ja möchte ich und wunderbar er zeigt mir das im blue wallet an und müsste dann eigentlich auch hier angekommen sein ja wunderbar sogar zweimal weil ich es vorhin schon mal ausprobiert habe nein das war nicht zweimal sondern einmal nur das erstellen dieser invoice und dann hier als die zahlung dann eingegangen ist das ein bisschen verwirrend aber gut ja damit haben wir es jetzt können wir gucken was wir sonst noch haben an erweiterungen wir schauen jetzt jetzt zum beispiel mal die paywall an das ist im prinzip eigentlich nichts anderes als ein link den man bezahlt um einen qr-code den man bezahlen kann um letztendlich zu einer bestimmten url weiterzuleiten das ist dann eine beschreibung der titel beschreibung und das was man bezahlen muss und was steht da remember payments ach so genau dann wird das gespeichert das können wir ja mal einmal ausprobieren so dazu suchen wir uns zum beispiel die 21 seite 20 seite den link dann schnappen wir uns mal packen den ups da rein so und hier sagen wir ein hierzu und man muss sagen wir mal 100 abschließt bezahlen und dann sollte das auch gespeichert haben jetzt muss man so das ist dieser wird der qr-code sein gehe zu satz minimum nach ja ich muss hier natürlich erst mal noch erstellen die invoice so das habe ich jetzt gemacht jetzt gehe ich zu meinem handy und werde sie bezahlen scannen ja so ja die 100 soll er zahlen hat er gemacht so und jetzt geht er sagt er mir hier open url und jetzt kann ich den öffnen wunderbar also das ist die extension paywall ziemlich geil gemacht finde ich echt gut und wir können ja mal gucken ob er sich das jetzt gemerkt hat ja er hat sich gemerkt ich weiß das nicht wie es ist wenn ich jetzt alle schließen würde aber stand ja drin dass er sich merken würde ja das war die erweiterung wir gucken mal was wir noch hier haben wir haben hier zum beispiel auch noch den captcha den können wir uns mal angucken damit so was können wir da machen wir können probieren wir es einfach mal aus so wir geben mein wallet an sagen genau und testen und sagen wir mal 50 satt und der minimum amount genau zu donate ja so create capture mal gucken was haben wir denn jetzt hier erzeugt so und käme dann wieder bezahlen und was passiert dann testen das einfach mal gehe ich wieder auf mein wallet zahlen ach du bist wahrscheinlich ein mensch ja gut wie man es einbindet in der website kann ich nicht sagen aber irgendjemand weiß es bestimmt so dann gehen wir weiter was haben wir da noch schönes hier kann man eigene erweiterung bauen und das wächst auch sehr gut das ist sehr interessant was ich auch diesen wo war jetzt da war noch so ein offline shop genau der offline shop das ist eigentlich eine ganz gute sache gehen wir mal starten wir mal einmal so und zwar funktioniert das so dass man hier auch wieder ein qr-code zum bezahlen kriegt und dann hat man eine liste mit wörtern die man hier eingeben kann zum beispiel und immer wenn man dann diesen qr-code gescannt hat und dann bekommt der gegenüber halt ein wort angezeigt wo halt man als empfänger der zahlung erkennen kann dass derjenige bezahlt hat wir können das mal einmal ausprobieren so name item ich habe zum beispiel einen im angebot und das ist ein drink so jetzt könnte man noch ein bild hinzufügen na dann wählen wir doch mal eins aus so wir gehen unter desktop da habe ich mal eins runtergeladen davon ja item preis keine ahnung sagen wir mal 666 satoshis at item so was hat er jetzt gemacht er hat den ersten ein zugefügt und hier ist die word list da kann man den ausdrucken und das ist die wörter liste so wir können mal gucken ob das ganze funktioniert print qr-code print qr-code hm will er irgendwie nicht dann fügen wir einfach noch mal einen zweiten hinzu können wir nochmal sagen was haben wir denn noch wir haben noch eine cola da alt frei so das ich jetzt mal weg und ich sage so mal gucken ob er jetzt was da rein schreibt anscheinend auch nicht dann scheint da noch ein kleiner fehler dran zu sein wir können es aber vielleicht trotzdem testen indem wir uns das hier anschauen und zwar hier steht ja auch alles drin sowas ähnliches müsste man dann ausdrucken da steht der preis oder ein kleines bild und was es ist und hier müsste der qr-code sein zum bezahlen das können wir mal ausprobieren was dann passiert so ich gehe jetzt einmal auf zahlen das hat er gemacht ja du wirst senden okay ich sag ja ich will das senden mal gucken was da rauskommt und jetzt müssen wir mal abwarten so öffne den ur-link das machen wir mal gucken was dabei rauskommt hm da scheint noch ein kleiner bug drin zu sein naja auf jeden fall müsste eigentlich jetzt denke ich mal hier irgendeiner von diesen wörtern da drin stehen so dass der empfänger das gelde sehen kann aha er hat es bezahlt und das geht dann halt so fortlaufend und wenn er hier an angekommen ist geht dafür noch nach vorne das ist halt für ein El Salvador die ganz armen Eisverkäufer die vielleicht kein eigenes Handy haben aber die Kunden damit bezahlen wollen und das ist natürlich gut ne weil er streicht von seiner Liste immer nur die einzelnen Wörter ab und wenn einer wieder ein Eis bezahlt hat dann sagt er hier ich habe Gorilla stimmt das ja hast Gorilla wunderbar kriegst dein Eis ja ich sag mal danke dass ihr so lange durchgehalten habt also es gibt noch viele weitere Möglichkeiten spannende Sachen Split Payments und hier gibt es noch Event Tickets und Watch Only habe ich noch nicht ausprobiert und das Support Ticket von denen hier auch noch nicht also es gibt viele Sachen und wie gesagt diese Erweiterungen die da kommen ständig neu hinzu da gibt es sehr aktive Telegram Gruppen wo die sich unterhalten über diese ganze Entwicklung und das ist wirklich spannend ne also und wenn man bedenkt dass Ellen Bits ja eigentlich nur nur ein Projekt ist von vielen die Ellen URL verwenden dann weiß man was da eigentlich so im Hintergrund abläuft ne also was da eigentlich so im Hintergrund abläuft ne also was da ist was da abgeht im Endeffekt auch wenn jetzt wie es hier passiert ist dass Ellen Bits noch ein bisschen buggy ist das ist ja alles noch in der Entwicklung das ist alles noch Beta oder wie diese Oberfläche jetzt gerade Alpha sogar noch spielt aber keine Rolle ich glaube das vermittelt so ein bisschen das was mit Lightning passieren kann was man da machen kann wie die Entwicklung vorwärts geht und nochmal ein paar Jahre weiter und dann ist das gang und gäbe dann wird das benutzt ne ja ich hoffe euch hat es gefallen also ich packe noch viele Infos und interessante Webseiten die zu Ellen URL oder Ellen Bits interessant sind in die Show Notes unter dem Video ganz zum Schluss kommt natürlich auch noch der kleine Donation Button den ihr gerne mit Lightning mit ein paar Satz füllen könnt ihr wisst ja jetzt wie das ganze funktioniert das läuft über Ellen Bits und zwar Ellen URL ja dann vielleicht bis zum nächsten Mal tschüss und 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 und